so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video heute gibt es das lieblingsstück von sylvester 2k die night holer grüße an sylvester 2k eine unfassbar fette batterie ich kann sie genauso wie s2k an jedem nur weiterempfehlen weil sowas bekommt ihr echt nicht aufzusehen zumal weil weko ja bald die batterien aus dem programm nimmt programm nimmt habe ich gehört und ich weiß nicht ob das die auch betrifft das wäre richtig schade bevor jetzt jeder sagt du machst nur s2k nach leute ich hatte die selber 2013 und ich habe mir dieses jahr gesagt alter ich muss die mir unbedingt wiederholen weil ich habe die so lange nicht mehr gezündet und ich weiß wie geil das teil ist und deswegen habe ich gesagt also komm ich will mir das jetzt kauf mir das nochmal und überzeugt mich nochmal davon selbst wie hammer fett das teil ist ja an nem hat das teil hier 500 gramm natürlich nicht es hat nur 270 das heißt 270 ist auch schon ganz okay und ganz einfach effekt beschreibung schießen tut die halt unfassbar schlimm kreisende titanwirbel also die sind richtig krank gefolgt von so mosquito effekten die macht richtig spaß gekostet hat die 20 euro im lidl dürfte ja fast jeder von euch können können genau würde ich sagen sehen wir uns jetzt beim test der unfassbar fetten night holer bis gleich jetzt die night holer meine lieben freunde ich freue mich so ja warte wir warten mal ein bisschen dann machen wir mal die was ein teil ja grüße an silvester 2k an der stelle mal wieder unfassbar fett